Jo, hallo und herzlich willkommen zu dem kleinen Statement-Video, wie ich es auf Facebook bezitelt habe. Und zwar, wie ihr jetzt schon seit über einem Jahr bei mir gemerkt habt, habe ich mich ja öfters mal über Neuigkeiten oder Veränderungen, sagen wir es mal so, bei YouTube beschwert. So, jetzt mal zu einer Sache. Ich bekam jetzt ja vor kurzem einen Kommentar auf YouTube, den ich jetzt nicht zitiere. Ihr werdet ihn jetzt hier im Bilde sehen, Name von der Person ausgeschwärzt. Das soll jetzt auch kein Gemecker von dem sein, aber ich wollte mal was dazu sagen. Und zwar, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, wenn man einmal mal irgendwas erwähnt, es wäre ein Geflame. Natürlich, mir gefallen manche Änderungen nicht. Sei es darum, wie sie die Startseite verändert haben, wie sie das Design verändert haben oder wie auch immer. Okay, natürlich. Es klingt fast wieder, ich würde wie so auch immer rummeckern. YouTube sei doch mega scheiße. Das kann doch nicht angehen und bla bla bla. Ja, das heißt aber nicht, dass ich von YouTube komplett weggehen möchte. Ich bin und bleibe ein Let's Player bei YouTube. Komme, was da wolle. Sei es darum, dass es jetzt mega kacke unübersichtlich wird oder dass Remix gar keine Designs mehr zu machen sind. Oder die Videos nur noch wirklich auf komplette 15 Minuten laufen. Und? Natürlich mag es nicht rauschend sein oder irgendeinem anderen Kram. Jedenfalls heißt es aber, wie gesagt, nicht, dass ich von YouTube komplett weggehen werde. Und mein Video, wie es hier im Kommentar steht, ist immer weniger schlechter als bei YouTube. Das ist aber jetzt egal. Es geht einfach nur darum, auch wenn ich an sich über YouTube etwas am meckern bin, heißt es nicht gleichzeitig, ich will mich verpissen, YouTube leckt mich am... Ihr wisst schon. Äh, nein. Also, das heißt es echt nicht. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht mehrmals wiederholen könnte oder allen möglichen Kram, ich werde niemals von YouTube weggehen, auch wenn es sich vielleicht verschlechtern wird. YouTube ist eines der besten Videoplattformen, auch minus seinen Bugs, seinen Fehlern, wie auch immer. Mag sein, es können Fehler auftreten, wie auch so immer. Aber ich habe selbst die Probleme, wenn ich hier YouTube-Videos hochlade, das habt ihr jetzt ja bei vielen Videos auch schon gemerkt, dass da die volle Länge nicht da ist. Ich nehme es hin. Ich schreibe eine Anmerkung, dass ich es wirklich versucht habe und alles Mögliche. Mehr kann man bei YouTube nicht tun. YouTube ist von vornherein eine Plattform, die ihre Fehler hat, wiederum aber auch kleine, auch wirklich Vorteile bringt. Diese Features hier zum Beispiel, gibt es, sagen wir mal, bei MyVideo wohl eher nicht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass MyVideo schlecht ist. Aber was ist wohl mehr, ihr besucht? YouTube oder MyVideo? Okay, natürlich. Es geht jetzt nicht nur um die... Hey, du bist ein Aufrufgeiler. Nein, ich freue mich über jeden View. Gar kein Ding. Nur ist an sich YouTube eines der größeren Plattformen in verschiedenen Branchen. Sei es jetzt Comedy, sei es Vlogs, Let's Plays, Musik... Ach, was weiß ich, was es an sich da noch geben soll. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ist jetzt auch egal. Fast jeder YouTuber meckert natürlich über die Sachen von YouTube. Hm. Okay, passiert. Nur wirklich, es heißt nicht unbedingt, dass man vielleicht wirklich von YouTube weggehen will, weil YouTube von vornherein nicht das Beste sein will. YouTube ist so, wie man es kennt. Nicht ganz bugfrei, voll in den Veränderungen, in guten und sogar auch im schlechten Bereich. Wenn sich YouTube da mal erinnert sollte, dann... Wenn ich ganz ehrlich bin, ist YouTube da nur YouTube? Also, das würde mich verwundern. Jedenfalls ist das mein Standpunkt, den ich mal geben wollte. Und ich würde mal sagen, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare geben, was ihr an sich von YouTube handeltet. Auch ob es, wie es auch immer wiederum ist, mit den Bugs und allen möglichen. Die Bewertung selbst lasse ich aus. Wenn die Kommentare zu krass werden, schalte ich auch die Kommentare aus. Aber ich bin sehr gespannt von eurer Meinung. Und zu dir, mein lieber Kommentator. Äh, ja. Siehste, mir fällt schon kein Kommentar dazu ein. Nimm es denn, wie ich... Wie, was ich sage. Mach dir keinen Kopf drum und alles. Wir sehen uns. Also jetzt, bis dahin. Ciao. Ciao.